So Leute, ich hab's geschafft, das Schuljahr ist rum und fast auch schon ein ganzes Jahr auf diesem Kanal seit dem Neustart. Und da kommt auch bald ein Special. Und da jetzt Fans sind, wollte ich euch mal fragen, was wünscht ihr euch denn für die Fans? Wünscht ihr euch irgendwelche Spiele, irgendwas? Momentan läuft ja noch Watch Dogs und Techland. Aber wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, schreibt in die Kommentare. Und ich suche einen Namen. Ich suche einen Namen für ein Projekt, das ich starten will. Und zwar soll ein Projekt namens... Bis jetzt heißt es noch Random Game of the Week. Aber mir gefällt der Name nicht, ist zu lang. Ich suche nach einem Namen für dieses Projekt. Wäre cool, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Also es geht einfach darum, dass ich jede Woche irgendein anderes Spiel, eine Folge davon mache und jede Woche halt ein anderes. Und halt ganz verschiedene, von Browser Games zu irgendwelchen normalen Spielen halt. Und ja, wenn ihr mir einen Namen für das Projekt in die Kommentare schreiben könntet, wäre es super geil. Also ich bin noch auf der Suche nach einem Namen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und vergesst nicht, die Kommentare zuzuballern.